Was ist die Abflachung der Weltkonjunktur? Unsere KMU-Umfrage zeigt, dass die abflachende Weltkonjunktur, die Frankenstärke, der Wettbewerbsdruck, aber auch die Handelskonflikte weiterhin zu den herausforderndsten Themen auch 2020 für die KMU bleiben. Nichtsdestotrotz raten wir den KMU, diese Volatilität nicht nur als Risiko, sondern auch als Chance anzusehen. Denn wer als Qualitätsleader, als innovativer Qualitätsleader sich in gerade solchen volatilen Zeiten behaupten kann, hat gegenüber seiner Konkurrenz klare Wettbewerbsvorteile. Die verbesserte Exportstimmung zeugt zudem davon, dass dies viele Schweizer KMU eigentlich erkannt haben und mit Zuversicht ins neue Exportjahr 2020 starten.